Das erste Schiedsrichtertrainingslager der COF fand in diesem Jahr am südlichen Teil des Gardasees in Italien statt. Neben dem Ausbau des theoretischen Wissens und der praktischen Anwendung der Themenkomplexe Stellungsspiel und Körpersprache, galt es vor allem die Zusammenarbeit im Team weiter zu festigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.